Ja, okay. Dann lasst uns vielleicht noch mal besprechen. Ah, vielleicht bevor wir anfangen, muss ich eins noch loswerden. Auf YouTube hat man sich beschwert, dass meine Tafel nicht ordentlich genug geputzt ist. Ich habe mir nämlich extra in den Ferien so einen stylischen Wischer gekauft und habe damit heute Morgen richtig ordentliche Tafel geputzt. Ich glaube, das war zum ersten Mal seit Jahren, dass diese Tafel hier einmal ordentlich geputzt ist, oder? Okay. Fixpunkt, Fixpunktgerade, Fixgerade. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel an, oder an zwei Beispielen. Wir nehmen erst mal die ganz normale Achsenspiegelung und dann die Schubspiegelung, weil mit der Schubspiegelung habt ihr ja auch Probleme und habt gefragt, was mit der Schubspiegelung ist. Okay, also, wir betrachten mal eine ganz normale Achsenspiegelung. So, das ist unsere Achse. Da geben wir in der Regel auch Namen, damit wir über die sprechen können. Also, wenn immer ihr geometrische Objekte verwendet, dann gebt denen einen Namen, damit ihr die benennen könnt auch. Gucken wir mal, ob es für tafellig besser ist. Ja, okay. So. Hat die Achsenspiegelung Fixpunkte? Was ist ein Fixpunkt? Ein Punkt, der auf sich selbst abgebildet wird. Also, die Abbildung bildet den Punkt auf sich selbst ab. Nicht irgendwo anders hin, sondern auf denselben Platz, wo er vorher schon war. Hat die Achsenspiegelung Fixpunkte? Sehr schön. Alle Punkte auf der Spiegelachse sind Fixpunkte. Also, dieser hier und dieser hier und der da, der da auch. Alles Fixpunkte. Gibt es noch weitere Fixpunkte außer die Punkte auf der Spiegelachse? Gibt es noch weitere? Ich schüttel es mit dem Kopf, warum? Ja. Was passiert denn mit einem Punkt, der hier liegt? Naja. Der wird auf die andere Seite abgebildet und so weiter. Okay. Ja, Fixpunkte. Gibt es Fixgeraden? Was ist eine Fixgerade? Ja? Also, gibt es Fixgeraden? Eine Fixgerade ist eine Gerade, die auf sich selbst abgebildet wird. Und das ist zum Beispiel die Spiegelachse. Also, die Spiegelachse ist eine Fixgerade. Die wird auf sich selbst abgebildet. Ja, wenn ich die Spiegelachse an sich selbst spiegele, dann landet sie wieder auf sich selbst. Gibt es weitere Fixgeraden? Ja. Sehr schön. Genau. Und dann landet sie wieder auf sich selbst. Und dann landet sie wieder auf sich selbst. Gibt es noch weitere? Also, wir haben jetzt die Spiegelachse selbst. Dann die senkrecht dazu stehen. Naja. Es gibt noch die Möglichkeit, die Achsen, die hier parallel verlaufen zur Spiegelachse, die werden natürlich auf die andere Seite jeweils gespiegelt. Und die Spiegelachsen, die nicht senkrecht darauf stehen und sie trotzdem schneiden, also irgendwie anders schneiden, die werden natürlich auch anders. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Achse hier habe, die wird so hingespiegelt und so weiter. Also, es sind die einzigen Fixgeraden. Letzte Frage. Gibt es Fixpunktgeraden? Was ist eine Fixpunktgerade? Eine Gerade, die komplett aus Fixpunkten besteht. Genau. Und gibt es eine Fixpunktgerade? Nämlich die Spiegelachse. Die Spiegelachse besteht komplett aus Fixpunkten. Also, könnt ihr euch ja vorstellen, hier haben wir überall Fixpunkte. Und die liegen alle auf einer Geraden. Das ist eine Fixpunktgerade. Eine Gerade, die aus Fixpunkten besteht. Ich sage euch mal zwei Sätze. Und nur einer davon ist richtig. Und ihr müsst entscheiden, welcher richtig ist. Satz Nummer 1. Satz Nummer 1. Jede Fixgerade ist auch eine Fixpunktgerade. Satz Nummer 2. Jede Fixpunktgerade ist auch eine Fixgerade. Also, wer sagt, Satz Nummer 1 stimmt? Jede Fixgerade ist auch eine Fixpunktgerade. Wer sagt, Satz Nummer 2 stimmt? Jede Fixpunktgerade ist auch eine Fixgerade? Ja, genau. Das sind die meisten. Oder alle dafür. Genau. Sieht man hier, ne? Jede Fixpunktgerade ist auch eine Fixgerade. Also, wenn eine Gerade nur aus Fixpunkten besteht, dann wird ja jeder Punkt auf sich selbst abgebildet. Also auch die Gerade auf sich selbst. Während hingegen das hier offensichtlich eine Fixgerade ist, die keine Fixpunktgerade ist. Okay. Gibt es dazu Fragen? Vielleicht noch ein Hinweis. Oh, ein häufiger Vorstellungsfehler bei diesen Spiegelungen ist folgende. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Man zeichnet so eine Achse dahin und ein Dreieck, das man da rüber spiegelt. Und manche denken, es geht nur um das Dreieck. Und wenn ich das Dreieck, wenn ich denke, nur das Dreieck wird gespiegelt, dann würde es keine Fixpunkte geben, weil auf dem Dreieck kein Fixpunkt liegt. Es geht aber niemals nur um irgendeine Figur, die abgebildet wird. Sondern die Abbildung an sich bildet immer die komplette Ebene auf sich selbst ab. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, als wäre die Tafel hier eine unendlich große Ebene in alle Richtungen. Und jetzt nehme ich die Tafel an dieser Stelle hier und klappe sie um. Also, diese Seite wird auf diese Seite geklappt und diese Seite wird auf diese Seite geklappt. Das ist eine Achsenspiegelung. Vielleicht lässt sich es noch besser mit einer Overhead-Projektorfolie erklären. Das ist die Situation, wo ich Overhead-Projektoren immer noch geil finde. Ihr habt so eine Folie auf dem Overhead-Projektor, da ist eine Achse draufgezeichnet auf der Folie mit irgendwelchen Figuren und so. Und dann nehmt ihr die komplette Folie und dreht sie einfach rum. Das ist eine Achsenspiegelung. Und da wird eben nicht nur das Dreieck umgedreht, sondern die ganze Folie. Das heißt, jeder Punkt auf der Ebene wird gespiegelt. Okay. Jetzt schauen wir uns die Schubspiegelung an. Da habt ihr auch gesagt, oh, Schubspiegelung ist nicht so einfach. Was ist eine Schubspiegelung? Ja? Eine parallele Achse und dann eine senkrecht schreibende Achse. Genau. Also, ich habe zwei parallele Spiegelachsen und die spiegle erst an der ersten und dann an der zweiten Achse, erst an A und dann an B und dann an einer senkrecht darauf stehenden Achse C. Also, wenn ich hier eine Figur habe, dann wird die erst hierhin gespiegelt, dann dahin gespiegelt und dann dahin gespiegelt. Ich lasse die Figur mal weg. Das passiert mit der gesamten Ebene. Also hier an der ersten Achse wird die gesamte Ebene rumgeklappt, an der zweiten Ebene wird die gesamte Ebene rumgeklappt und an der Achse auch nochmal komplett rumgeklappt. So, okay. Gibt es Fixpunkte? So, okay. So, okay. Ich gebe euch zwei Minuten Zeit. Mit Nachbarinnen, mit Nachbarn diskutiert. Gibt es Fixpunkte, Fixgeraden, Fixpunktgeraden? Okay, los geht's. Okay, also, gibt es Fixpunkte? Kommt, gibt es Fixpunkte? Warum gibt es keine Fixpunkte? Okay, das heißt, wenn man meinen würde, ein Fixpunkt könnte auf der Achse A liegen, man nimmt den Punkt, dann wird der, wenn er an A, zuerst an A gespiegelt wird, der auf sich selbst abgebildet. Aber spätestens beim Spiegeln an B landet er hier drüben und beim C nach hier unten. Das heißt, wir betrachten ja immer nur den Anfang und das Ende, nicht die Zwischenschritte. Wenn ich alle Zwischenschritte abgearbeitet habe, dann liegt dieser Punkt irgendwo da unten. Okay, hat jemand noch ein anderes Argument, warum es keine Fixpunkte geben kann? Ich helfe euch mal. Was? Eine andere Aufgabe der Vorbereitung? Ja? Eine Schubspiegelung ist eine Verschiebung und dann eine Verschiebung nach außen und dann eine Verschiebung nach außen und dann eine Verschiebung. Genau. Eine Schubspiegelung ist eine Verschiebung. Also, wenn ich an zwei parallelen Achsen hintereinander spiegele, ist das ja eine Verschiebung. Das haben wir uns in der Vorbereitung intensiv angeschaut mit GeoGebra, wenn ich zwei Achsen habe und da zwei parallele Achsen an denen spiegele, dann wird einfach verschoben. Also, ich kann jede Verschiebung durch die Spiegelung an zwei parallelen Achsen darstellen. Das heißt, ein Punkt, der hier liegt, wird hier rüber verschoben. Jeder Punkt wird erstmal in diesem Fall nach rechts verschoben. Okay. Das heißt, die gesamte Ebene wird nach rechts geschoben. Alle Punkte sind weiter rechts als vorher. Und die werden noch nie wieder nach links kommen. Die werden nicht wieder zurück verschoben oder so. Sondern alle Punkte werden zuerst nach rechts verschoben, hier ran gespiegelt, da ran gespiegelt, verschoben. Und dann ja nur nach unten oder oben geklappt. Und alle Punkte sind trotzdem weiterhin weiter rechts als vorher. Das heißt, es kann keine Fixpunkte geben. Okay. Gibt es Fixpunktgeraden? Gibt es Fixgeraden? Genau. Gibt es keine Fixpunkte, also kann es keine Fixpunktgeraden geben. Für eine Fixpunktgerade braucht ihr ja unendlich viele Fixpunkte. Und die müssen alle auch noch auf einer Geraden liegen. Wenn es keine Fixpunkte gibt, kann es keine Fixpunktgeraden geben. Gibt es Fixgeraden? Ja? Genau. Und dann? Und dann? Ist an A und dann an B? Gibt es eine Fixgerade? Die steht senkrecht auf A und senkrecht auf B. Also weil sie senkrecht auf A steht, ist es eine Fixgerade der Achsenspiegelung A. Auch eine Fixgerade bei der Achsenspiegelung B. Und anschließend wird sie auch noch an sich selbst gespiegelt. Auch eine Fixgerade. Also insgesamt von Anfang bis Ende eine Fixgerade. Gibt es weitere Fixgeraden? Ja? Eigentlich müssten doch alle die parallel zu C liegen. Nein. Genau. Warum ist jetzt eine Gerade, warum ist das jetzt zum Beispiel keine Fixgerade? Ja? Weil es dann eine Fixgerade auch auf die andere Seite stehen wird und dann ist es ja nicht auch der 3. Stelle, wo wir dann auch sind. Genau. Richtig gedacht. Eine kleine Formulierung müssen wir, glaube ich, ändern. Du meinst nicht nach unten verschoben, sondern sie wird hier erst nach rechts zweimal gespiegelt. Das heißt nach rechts verschoben. Da ist es noch fixgerade. Fixgerade, aber wenn sie an C nach unten gespiegelt wird, wenn sie nach gespiegelt wird, dann landet sie natürlich am Ende hier unten. Ihr müsst immer aufpassen, spiegeln und schieben, das sind zwei Begriffe, die verwechselt man leicht beim Eifer des Gefechts, wenn man hier sich mit diesen Themen beschäftigt. Okay. Gut. Gibt es Fragen dazu? Ich wurde gerade darauf angesprochen, wir haben noch gar nicht geschaut, ob die Längen treu, Parallelen treu, Geraden treu und Orientierung treu sind. Das schauen wir uns vielleicht nochmal an der Achsenspiegelung an, was diese Begriffe bedeuten. Die Achsenspiegelung, und es reicht mir jetzt vollkommen aus, wenn wir intuitiv denken, dass die Ebene einfach rumgeklappt wird. Okay. Ist die Achsenspiegelung längentreu? Was bedeutet längentreu? Nur rumgeklappt? Genau. Also, die Achsenspiegelung ist längentreu, weil wir die Ebene ja nur rumklappen. Das heißt, eine Länge hat vorher die gleiche Länge wie nachher. Ja. Wird ja nicht gestaucht oder gestreckt oder so, sondern einfach nur rumgeklappt. Eine Overhead-Projektorfolie rumklappen ändert nichts an den Längen der abgebildeten Objekte. Okay. Längentreu? Ist sie winkeltreu? Bleiben die Winkel erhalten? Ja, klar. Wenn ich so rumklappe, ändern sich keine Winkel. Geradentreu? Sind Geraden? Sind Objekte, die vorher geraden waren, auch nachher geraden? Hm, wird schon so genickt. Ja, klar, wenn ich rumklappe, ändert sich nichts an der Gerade. Da kann man sich fragen, hä? Was ist überhaupt eine komische Eigenschaft? Also gibt es überhaupt irgendwelche Abbildungen, wo Geraden keine Geraden mehr sind anschließend? Hat jemand eine Idee? Kennt jemand eine Abbildung, die nicht geradentreu ist? Ja? Wenn man eine Gerade in den dreidimensionalen Raum abbilden würde, hätte man da nicht einen Quader. Man müsste natürlich überlegen, wie wird denn da abgebildet? Also die Gerade auf dem Quader, könnte man sich vorstellen, wenn man eine Strecke hat, die irgendwo im Raum liegt, könnte man sich vielleicht vorstellen, das ist eine Diagonale eines Quaders und dann wird die Strecke auf dem Quader abgebildet, dessen Diagonale diese Strecke ist. Ja, man könnte in diese Richtung denken vielleicht, ja. Ihr kennt doch bestimmt in irgendwelchen, keine Ahnung, Holiday Park, Europa Park oder auf irgendwelchen Jahrmärkten oder so, diese Spiegel. Wenn ihr euch da vorstellt, wo ihr ganz dick aussieht, so oder ganz dünn, diese gebogenen Spiegel. Wenn ihr eine Gerade vor einem gebogenen Spiegel haltet, wird sie krumm. Stellt euch vor, ihr seid ganz gerade, so als Körper, und stellt euch davor, auf einmal seid ihr dick, weil es sozusagen gebogen ist. Und ihr werdet ganz dünn und so, wie soll ich sagen, so konkab eingedellt. Das ist eine Abbildung, die nicht geradentreu ist. Wenn dann ein Parabolspiegel etwas spiegelt, ist nicht geradentreu. Okay, aber die Abbildungen, die wir hatten, die waren alle geradentreu. Konkurrenzabbildungen sind alle geradentreu. Alle Konkurrenzabbildungen sind geradentreu, winkeltreu, längentreu. Parallelentreu. Was ist parallelentreu? Ja? Also, wenn das war im ersten Schritt, wenn es Parallel ist, also wenn es sich als Beispiel, wenn es Parallel ist, und wir das mit Maschinen oder Spiegel sind parallel, immer noch parallel und haben das nicht parallel. Genau. Parallelentreu heißt, zwei Geraden, die vor der Abbildung parallel waren, sind auch nach der Abbildung parallel. Ja, wenn wir hier zum Beispiel an der Achsenspiegelung zwei Parallele Geraden haben, I und J, und die bilden wir jetzt ab, dann ist das hier ja I Strich und das hier ist J Strich. Die abgebildeten Geraden. I, J, I Strich, J Strich. Und, ja, die sind offensichtlich auch danach parallel. Klar, wenn ich die Folie umklappe, ändert sich nichts daran, dass Geraden parallel waren oder so. Beim Parabolspiegel oder bei gekrümmten Spiegel ist es anders. Da sind Parallele Geraden auf einmal nicht mehr parallel. Und noch nicht mal mehr Geraden anschließend. Okay, also, Parallelentreu. Und jetzt die letzte, noch etwas kompliziertere Eigenschaft, Orientierungstreu. Ist die Achsenspiegelung Orientierungstreu? Nein, es geht um die Beschriftungsreihenfolge. Wenn ich ein Dreieck habe, dieses hier, in der Mathematik bezeichnen wir ja immer die Punkte gegen den Uhrzeigersinn. Auch Winkel, immer gegen den Uhrzeigersinn. Ich finde das immer blöd. Ich denke mir, warum kann man nicht gleich im Uhrzeigersinn machen? Es fehlt aber, okay. Ist halt so. Gut. Und wenn wir das jetzt spiegeln, dann ist das hier A' das da B' und das da C' und da ändert sich die Reihenfolge. Die Orientierung, nicht die Reihenfolge, die Orientierung, in der man die Punkte bezeichnet. Dann ist man auf einmal im Uhrzeigersinn. So. Also nicht Orientierungstreu. Gehen wir zur Schubspiegelung. Ist die Schubspiegelung längentreu? Ja, warum? Dein Argument ist, ich verschiebe erst und spiegle dann. Verschiebung ist längentreu, Spiegelung ist längentreu, also insgesamt längentreu. Man kann noch ein viel einfaches Argument finden. Ich habe drei Achsenspiegelungen. Jede Achsenspiegelung ist längentreu. Also muss auch die Gesamtabbildung längentreu sein. Bei der ersten werden keine Längen verändert, bei der zweiten werden keine Längen verändert, bei der dritten werden keine Längen verändert, also werden insgesamt keine Längen verändert. Und das ist auch das gleiche Argument, sagen kann, okay, die Schubspiegelung ist auch winkeltreu, weil sie die Verkettung von drei Achsenspiegelungen ist und jede Achsenspiegelung ist winkeltreu und geradentreu und parallelentreu. Orientierungstreu. Ist die Schubspiegelung orientierungstreu? Nein, warum nicht? Wenn wir nur an A und B spiegeln würden, wäre sie orientierungstreu, weil bei einer Spiegelung ist orientierungstreu, aber wegen C spiegeln wir nochmal und bei einer Spiegelung ist orientierungstreu. Genau, wir spiegeln erst an A, dann an B, dann wäre es wieder orientierungstreu. Also wenn ich hier ein Dreieck habe, A, B, C gegen den Uhrzeigersinn. Bei der ersten Achsenspiegelung ähm, Quatsch, A' B' C' sind wir auf einmal im Uhrzeigersinn. Bei der zweiten Achsenspiegelung A' B' C' sind wir schon wieder gegen den Uhrzeigersinn. An der ersten mit der Orientierung geändert, an der zweiten Achse wird sie wieder zurück geändert und an der dritten wird sie wieder geändert. C' A' B' und dann sind wir wieder im Uhrzeigersinn. Das heißt, hier gegen den Uhrzeigersinn, da im Uhrzeigersinn, Schubspiegelung ist nicht orientierungstreu. Das ist eine sehr gute Frage. Ist es bei der Schubspiegelung egal, ob ich erst verschiebe und dann spiegele an C oder erst an C spiegele und dann verschiebe. Jetzt zeige ich noch mal eine Schubspiegelung daneben. Die Schubspiegelung ist ein ganz besonderer Fall, weil diese Achsen A' B parallel sind und die dritte senkrecht darauf steht. Im Allgemeinen gilt, im Allgemeinen gilt, ich darf nicht die Reihenfolge der Achsen vertauschen. Ich darf nicht normalerweise, wenn ich irgendwo an drei Achsen spiegele, an A, B und C, erst an C spiegeln, dann an A und dann an B usw. kommt immer was anderes raus. Außer bei der Schubspiegelung. Die Schubspiegelung ist ein besonderer Fall. Ich kann erst verschieben und dann hier runterspiegeln oder ich könnte auch erst an C spiegeln und dann verschieben, kommt das gleiche raus. Ob ich jetzt erst hier rüber verschiebe und dann spiegele oder ob ich erst spiegele und dann rüber verschiebe, ist egal. Oder ich könnte auch erst hier eine Achsenspiegelung machen und dann hier eine Punktspiegelung. Die Spiegelung an zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen ist eine Drehung um 180 Grad. Die stehen senkrecht aufeinander, 90 Grad, also doppelt der Drehwinkel. Habt ihr euch auch angeschaut zu Hause. Drehung um 180 Grad. Drehung um 180 Grad ist eine Punktspiegelung. Das heißt, ich könnte auch erst mal an A spiegeln und dann eine Punktspiegelung machen oder erst eine Punktspiegelung an diesem Punkt hier und dann an B eine Achsenspiegelung. Oh, jetzt gehen ganz viele Hände nach oben. Ganz oben. Ja, ja klar, genau. Also eine Schubspiegelung kannst du dir auch so vorstellen. Die stellt man sich auch normalerweise so vor, dass ich verschiebe und dann runter- und hochklappe. Das ist eine Schubspiegelung. Eine Verschiebung kann erzeugt werden durch die Verkettung an zwei parallel zueinander stehenden Achsen, die senkrecht stehen auf die Verschieberichtung und den halben Abstand vom Verschiebevektor haben. Das habt ihr euch angeschaut zu Hause. Okay, das heißt, ich kann die Verschiebung ersetzen durch zwei Achsen. Ich kann es aber auch lassen. Ich kann sie auch einfach, also wenn solche Aufgaben kommen, in der Klausur zum Beispiel, könnt ihr auch einfach sagen, die Schubspiegelung ist eine Verschiebung plus eine Spiegelung an der Achse, die senkrecht zum Verschiebevektor, die parallel ist zum Verschiebevektor. Genau, und dann könnt ihr damit argumentieren. Ja. Nee, sag mal nochmal die Aufgabe. Oh. Die Aufgabe macht keinen Sinn. Kannst du mir vielleicht die Aufgabennummer schicken? Da müsste eine Aufgabennummer oben stehen. Genau, kannst du mir vielleicht einfach nochmal schicken, dann würde ich es weiterleiten, weil die Aufgabe macht keinen Sinn. Sehr gut. Okay. Weitere Fragen? Ja. Sehr gut. Genau, deswegen sind so viele Finger nach oben gegangen. Ja. Die Frage ist, sind alle Konkurrenzabbildungen parallelentreu? Ja, sind sie. Konkurrenzabbildungen sind allesamt Achsenspiegelung oder Verkettung von Achsenspiegelung. Und die Achsenspiegelung ist längentreu, geradentreu, parallelentreu, winkeltreu und damit auch alle Konkurrenzabbildungen. Aber nicht orientierungstreu. Frage. Wenn ich eine gerade Anzahl von Achsenspiegelungen habe, an denen ich nacheinander spiegele, also Spiegel an 2 Achsen oder an 8 Achsen oder an 16 Achsen oder an 1254 Achsen und so weiter, orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? Ja? Weil? Ja, sehr gut. Es ist eine Verschiebung, weil ich verschiebe erst, ich nehme 2 Achsen zusammen, das ist eine Verschiebung, dann habe ich die nächsten beiden Achsen, verschiebe und eine Verschiebung und eine Verschiebung ist eine Verschiebung und dann habe ich wieder zwei Achsen, verschiebe und dann eine Verschiebung und eine Verschiebung ist eine Verschiebung und so weiter, genau. Also eine Spiegelung an parallelen Achsen. Achso, die Achsen müssen nicht, nee, nee, stopp. Das gilt nur, wenn die Achsen paarweise parallel sind. Wenn ich aber eine gerade Anzahl von Achsen habe, die irgendwo im Raum liegen, sich kreuzen und queren und so weiter, trotzdem eine gerade Anzahl, orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? War ein guter Gedanke, gilt aber nur für, wenn ich paarweise parallele Achsen habe. Die müssen nicht parallel sein, die können irgendwie im Raum liegen. Und die gleiche Frage, was ist mit einer ungeraden Anzahl von Achsenspiegelungen, wenn ich an drei Achsen spiegele oder an sieben oder an neun oder an elf oder an siebzehn? Insgesamt ab Bildung, orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? Zwei Minuten mit Nachbarinnen und Nachbarn, diskutiert drüber. Okay, wie sieht es aus? Spiegelung an einer geraden Anzahl von Achsen, orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? Ja? Bei jeder Geradenmenge ist es orientierungstreu, bei jedem geraden nicht. Warum? Ja, okay. Ja, ja. Wenn wir 20 Achsen haben, eine ungerade Anzahl nach rechts und eine ungerade Anzahl nach unten, also 20 Achsen können ja auch so liegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und so weiter. Ja, also wir haben nicht zehn Parallele und zehn parallele Achsen oder so, sondern 20, die irgendwie im Raum liegen und ich spiegele erst hier an A und dann an B und dann an C und dann an D und dann an E und dann an F und so weiter. Trotzdem am Ende orientierungstreu, weil bei einer geraden Anzahl, an jeder Achsenspiegelung wird die Orientierung geändert. An der ersten Achse wird sie geändert, an der zweiten wird sie wieder zurück geändert. An der dritten wird sie geändert, an der vierten zurück geändert, an der fünften geändert, an der sechsten zurück geändert und so weiter. Sodass, wenn ich insgesamt an der geraden Anzahl gespiegelt habe, am Ende die Orientierung wieder so ist wie vorher, bei einer ungeraden ist sie gerade nicht so. Okay. Gut, gibt es dazu noch Fragen zu den Eigenschaften von Konkurrenzabbildung? Ja? Ah ja. Gute Frage. Wie ist das bei einer Drehung? Ist die Drehung um einen Punkt D um irgendeinen Winkel, 5,40 Grad oder so, ist die Parallelen treu? Ja, da wird schon genickt, aber komisch, ich dreh doch, oder? Wir haben ja vorhin gesagt, dass alle Arten von Konkurrenz an den Parallelen treu sind und eine Drehung ist das halt eine Verkettung von Verspiegelungen, da ist es ja auch parallel treu. Genau. Eine Drehung kann ja dargestellt werden durch die Verkettung an zwei sich an in D schneidenden Achsen. Eine Achsenspiegelung ist parallel treu, die zweite ist auch parallel treu, also muss die Gesamtabbildung parallel treu sein. Trotzdem, ich weiß natürlich, warum du das komisch findest, weil ich drehe doch die Achsen, die können doch nicht dann nicht mehr parallel sein. Naja, ich habe vorher zwei parallele Achsen und jetzt drehe ich die um D, um einen bestimmten Winkel, dann liegen die hier. Sind immer noch parallel. Ich habe die parallelen Achsen gedreht und nach der Drehung sind sie immer noch parallel. parallelen treu bedeutet nicht, dass die Achsen danach parallel sind zu den Ursprungsachsen, sondern zueinander parallele Achsen bleiben auch durch die Abbildung parallel zueinander. Gott sei Dank, jetzt. Gut, ja. Ich habe gerade gesagt, bei der Schubspielung hätten Sie gemeint, dass man nicht immer machen darf das Spiegeln so machen, wie man will. Das ist dann, man einfach jetzt nach unten und dann rechts, bla bla bla. Sie haben gesagt, bei der Schubspielung darf man das. Das ist ein besonderer Fall. Was sind Fälle, wo man das nicht darf und zum Beispiel machen würde? Man kann es auch bei der Schubspielung nicht mit allen Achsen machen. Beispiel. Ich spiegle erst an B, dann an A und dann an C. Das ist eine andere Abbildung. Weil erst an B und dann an A spiegeln bedeutet, in diese Richtung verschieben und dann runterklappen. Also generell kann ich bei einer Verschiebung nicht die beiden Achsen vertauschen. Weil im Einfall verschiebe ich in die Richtung, im anderen Fall in die andere Richtung. Auch bei der Schubspiegelung darf ich nicht alles beliebig miteinander kombinieren. Ich darf aber erst verschieben, dann spiegeln oder erst spiegeln, dann verschieben oder erst Punktspiegelung spiegeln oder hier spiegeln, dann Punktspiegelung oder so. Aber ich darf nicht erst an B, dann an A, dann an C spiegeln. Ich würde vorschlagen, ich würde empfehlen, sich immer im konkreten Fall zu überlegen, ob das das gleiche ist oder nicht. Da wäre ich vorsichtig, weil ansonsten vertut man sich schnell. Und generell muss man davon ausgehen, nicht vertauschen. Sei denn, man ist sich sicher, an dem Fall darf ich es. Okay, weitere Fragen?